Hallo Leute, hier ist wieder ein Feuer ausgebrochen und das war... Oh mein Gott! Ich hab ein Video gemacht, Marvin. Ah ja, da spielt noch einer mit, der heißt Marvin. Kannst mir verkaufen, glaub ich. Wie kann ich aus Service sein? Was dafür? Ich will nicht gut. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich hab ein Feuerwehrauto geklaut. Roller. Roller. Mit dem Roller geht das nicht. Ich muss auch hinten sitzen. Und ich mach die Feuerwehrauto sofort. Nimm das hier. Das blaue. Nimm das hier. Ich muss jetzt hinten sitzen. Los, steig ein. Hände. Du musst mal Läster an... Warte mal. Könntest du Läster für mich mal anrufen? Ich hab keine... Ich... Bitte. Ich wurde verhaftet. Hilfe. Ich... Ich... Du musst dein Schießgewehr bei mir hinhalten. Dann muss ich im Auto einsteigen. Das... Hilfe. Ich... Du musst mir ein Schießgewehr hinhalten. Warte mal. Stopp mal. Doch. Ich muss die Hände hochhalten. Warte mal. Hände hochhalten. Wie macht man das denn? Hände hochhalten. Wie macht man die Hände hochhalten? Das kann man. Hilfe. Ich wurde an den Gitter festgebunden. Ich wurde an den Gitter festgebunden. Hilfe. 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 Ah. Nein, ich fliege runter. Hihi. Oh nein. Da ist eine Drehwaffe. Ich fliege runter. Ich fliege runter. Ich fliege runter. Hilfe. Was hab ich? Nein. Was. Was. Was ist eine Drehwaffe. Und du gehst. Scheiße! Uff ja! Das sind dünne Scheiben. Die könnt ihr nicht kaputt machen. Marvin, warum bist du hier verlassen von meiner Arbeit? Was? Was? Was denn? Hier. Welche Motorzickel-Club? Ich muss dich tot machen. Das steht hier drauf. Ich bin jetzt mit Absicht mit dem Boden gefahren. Hol mich ab! Hol mich ab! Geht nicht! Nimm mich mit! Wo bist du? Jetzt geht's! Warte, ich leite dich ein. Also, ich leite dich ein. Fuck, du musst es nochmal machen. Was? Welche Klitsch? Was findest du da? Bleib bei Kuhwelt. Hahaha. Was? Was? Es hat werden. Es ist ja Onlyman. Es hat ihn. Geht nicht. Ja. Habe ich schon. Halt die Fresse. Alles ist gut. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. 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 Geht nicht, du Kleiner. Hä, warte mal. Musst du einstellen, dass ich da mal reingehen kann in deine Beierer. Boah, ich hab nichts gemacht. Was hast du gemacht? 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 Ja? Oh! Ah! Aha. Ja, 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 mach mal. Da ist ein Flughafen. Ich hab mir das Flughafen. Ja, das ist nicht so. Ich hab mir das Flughafen. Und ich hab mir das Flughafen. Scheiße! Verpiss dich! Nimm mich mit! Wo hast du den denn her? Beine rein! Verpiss dich! Geht nicht! Hey, ich will rein! Ja! Okay! Ah, cittad! Ja! 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 kann ich nicht ich kann auf 32 oder was aber ich kann hier rein ach so hier ist das das ist die 1 zu 50 das ist die andere zahl sollte sagen 52 hier liegt ihm so glitt dies dicht mit umsichtbarer tür so ein video machen